hallo leute es ist wieder kanal player lego animation und ich hab hier so ein lego duplo auto es kann auch natürlich fahren so zum beispiel und dann fährst du gleich auch nach ich finde es kann auch gut fahren und den kann man auch aufbauen wenn mein bruder ein bisschen etwas kaputt geht dann war es ihnen aus der hand gepanzt aber es ist ja nicht so schlimm dazu gehört ja eigentlich dieses teil hier kann man trotzdem rein machen dieser eine halter ist nur weg und es nicht so schlimm also dann geht es weiter dann wird noch der rangemacht so zum beispiel so warte mal so dann kommt hier so ein großer teil ja der nach nach hinten nicht einfach aufzubauen manchmal schwer an zu drücken dann kommt an der hier hin ja hier das glas was hier steht sogar also so ein duplo so ein lego duplo gefällt mir ich habe noch nie das lego duplo gesehen ist zwar schwer aufzubauen das kann man zwar voll schwer rein drücken so und an der anderen seite auch das glas so sieht es dann aus wenn ich noch den rahmen dann sieht es so aus so ein auto wo ich mal die lego die lego straße weg so das mach ich mal weg weil es geht halt nicht mehr also ja dann sollte ich noch eigentlich nichts mehr zeigen weil es ist schon fertig und natürlich finde ich auch das ding halt toll finde es toll dass ich halt so ein auto auch gekauft habe guck es ist halt so dass es rumfährt und ja so unten da kann man nichts mehr rein bauen und hier an aus ja habe ich erst bemerkt und hier hinten noch so ein ding ist auch okay und dann bis bald tschüss